Ganz im Süden Ägyptens, im Tempel von Abu Simbel, findet sich ein Wandrelief, das die Geschichte einer der ersten großen Schlachten im ägyptischen Altertum erzählt, der Schlacht von Kadesh. Dieser Sieg des ägyptischen Herrschers Ramses II. wurde aufwendig inszeniert. Zahlreiche Darstellungen entlang des Nils zwischen den heutigen Orten Luxor und Abydos berichten von den großen Taten, die er bei Kadesh im heutigen Syrien vollbracht haben soll. Was er dort wirklich getan hat, ist aber bis heute nicht restlos geklärt. Fest steht lediglich, dass er im Jahr 1274 v. Chr. mit einem Heer von etwa 20.000 Mann gegen die Hethiter zog. Bei Kadesh wurden seine Truppen von dem zahlenmäßig überlegenen Heer des hethitischen Königs Movatali II. angegriffen. Als die Ägypter plötzlich mit über 1.000 schweren Streitwagen konfrontiert waren, löste sich ein Teil ihrer Truppen, die noch auf dem Marsch waren, fast sofort auf und es sah ganz so aus, als würde die Schlacht enden, bevor sie richtig begonnen hatte. Hier lassen die meisten Quellen Ramses II. heldenhaft im Alleingang 1.500 feindliche Wagen vernichten. Wahrscheinlicher ist aber, dass der Pharao zusammen mit den Streitwagen, die bereits eingetroffen waren, die Hethiter überrannte, die gerade dabei waren sein Lager zu plündern, ihre Flanke in Unordnung brachte und dann mit Verstärkung, die von Westen her eintraf, einen Gegenangriff startete. Als schließlich weitere Truppen das Schlachtfeld erreichten, gewann die Ägypter die Oberhand und schlugen die Hethiter zurück. Wenn Ramses II. tatsächlich 20.000 Mann oder mehr befehligte, was die meisten Historiker für glaubhaft halten, war das eine Armee, wie sie die Welt zuvor noch nicht gesehen hatte. Und Kadesh ist nur eine von vielen Gelegenheiten, bei denen das neue Reich Ägyptens große Heere aushob. Welche Leistung das war, zeigt sich daran, dass es Feldherren und Herrscher noch sehr viel später vor große Herausforderungen stellte, eine solche Anzahl Truppen so weit weg von der eigenen Basis einzusetzen. In der Schlacht bei Agincourt 1415, einer der bekanntesten Schlachten des europäischen Mittelalters, zogen zum Beispiel nur etwa 7.000 Engländer gegen 15.000 Franzosen. Und selbst Napoleon Bonaparte, der zwar manchmal deutlich mehr Truppen ins Feld führte, hatte bei vielen seiner Schlachten nicht so viele Soldaten. Armeen in der Größe, wie sie bei Kadesh kämpften, waren etwas völlig Neues. Sie wurden erst möglich, als sich in der Bronzezeit erste Städte, Stadtstaaten und Reiche bildeten. Wie das zu einer nie dagewesenen Eskalation des Krieges führte, wann genau große Armeen die Bühne der Geschichte betraten und wie sie sich zu beeindruckenden Streitmächten, wie der von Ramses II. entwickelten, sehen wir uns in diesem Video an. Dabei werden wir von Creative Assembly unterstützt, dem Sponsor dieses Videos. Sie erlaubten uns, Spielszenen und Anschauungsmaterial aus ihrem neuen Spiel, Total War Pharaoh, zu verwenden. Während der Luftoffensive gegen den Irak im zweiten Golfkrieg, warfen die USA und ihre Verbündeten 88.500 Tonnen Bomben über dem Irak ab. Manche verfehlten ihre strategischen Ziele und gingen in der Wüste nieder. Vier davon schlugen unmittelbar neben der 4000 Jahre alten Zikkurat von Ur ein, einem allzumerischen Stufentempel, der 1980 unter Saddam Hussein restauriert worden war. In den gleich nebenangelegenen Königsgräbern von Ur hatte der britische Archäologe Sir Charles Leonard Rooley gut 60 Jahre vorher, 1927 und 1928, ein wichtiges Artefakt gefunden. Ein reich verziertes, hölzernes Kästchen. Wuli hielt es zunächst für eine Standarte, weshalb es als die Standarte von Ur bekannt wurde. Dieses Fundstück ist eine der ersten bildlichen Quellen zu einer Armee und eine der wichtigsten zur Kriegsführung der Sumerer um 2500 vor Christus. Die Sumerer lebten zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat im sogenannten Mesopotamien oder Zweistromland. Dort gab es verschiedene Stadtstaaten, wie etwa die bekannten Kish, Uruk, Ur und Lagash, die sich gegenseitig bekämpften und von einer religiösen Königsfigur angeführt wurden, die gewählt wurde. Im Osten Sumers lag das Königreich Elam, das in das Zweistromland hineindrängte. Diese andauernden Kämpfe untereinander und der Druck von dem östlichen Nachbarn führten laut den Autoren des militärhistorischen Standardwerkes World History of Warfare dazu, dass sich die sumerischen Stadtstaaten im Laufe der Zeit zu dynastischen Reichen entwickelten und institutionalisierte, strukturierte Heere aufbauten. Aber wie sahen diese frühen Armeen aus, wie kämpften sie und welche Einheiten setzten sie ein? Einige Hinweise darauf finden wir auf der Standarte von Ur, deren sogenannte Kriegsseite eine der ältesten Abbildungen einer sumerischen Armee zeigt, die von ihrem König in die Schlacht geführt wird. Was als erstes ins Auge fällt, ist, dass das abgebildete Heer aus Streitwagen und Fusssoldaten besteht. Bei den Streitwagen, die vermutlich das bekannteste Element bronzezeitlicher Kriegsführung sind, handelt es sich nicht um wendige Modelle, wie sie Ramses II. bei Kadesh einsetzte, sondern um einfache, schwerfällige Karren, die von Maultieren oder sogenannten asiatischen Halbeseln gezogen wurden. Pferde, wie wir sie heute kennen, gab es damals nämlich noch nicht. Es bedurfte noch vieler Generationen der Zucht, um die majestätischen Tiere zu erschaffen, die in der klassischen Antike oder im Mittelalter verwendet wurden. Die sumerischen Streitwagen boten Platz für einen Fahrer und einen Kämpfer, der mit Wurfspeeren und einer Axt ausgerüstet war. Diese Illustration und einige andere, die wir in diesem Video zeigen, wurden uns übrigens vom Zeughaus Verlag zur Verfügung gestellt. Das Heft »Die Heere im Alten Orient«, aus dem sie stammen, und viele weitere zu spannenden militärhistorischen Themen findet ihr über den Link in der Beschreibung. Weil die Streitwagen vier solide Holzräder und eine steife Vorderachse hatten, waren sie langsam und konnten schlecht manövrieren. Das führte dazu, dass sie einen riesigen Wenderadius hatten und nicht dazu geeignet waren, auf den Feind zuzufahren, ihn anzugreifen und sich dann wieder zurückzuziehen. Stattdessen fuhren sie wahrscheinlich an seiner Front oder Flanke vorbei, um ihn mit Speeren zu bewerfen, brachten hochrangige Kämpfer zum Schlachtfeld oder verfolgten fliehende Feinde. Das zweite zentrale Element der sumerischen Kriegsführung waren Fusssoldaten mit Speeren. Auf der Standarte von Uhr tragen sie Helme und eine Art lange Mäntel, deren Funktion unklar ist. Als Rüstung dürften sie in der abgebildeten Form eher unpraktisch gewesen sein. Die Soldaten stehen sehr eng beieinander, weshalb manche Historiker vermuten, dass sie eine Art Schildwall oder Phalanx bildeten. Ganz so eindeutig ist das zwar nicht, aber man erkennt zumindest, dass es eine gewisse Ordnung gab, dass die sumerische Infanterie in einer engen Formation marschierte und dass sie vor allem Speere und Äxte benutzte. Etwas deutlicher wird das Bild erst mit einem zweiten Fund, der etwa 50 Jahre jünger ist als die Standarte von Uhr. Im Louvre in Paris werden sieben Fragmente der sogenannten Geierstähle von Lagache aufbewahrt. Die Geierstähle ist ein Denkmal für den Sieg des Stadtstaats Lagache über seinen langjährigen Feind Umma. Sie wurde nach den Geiern benannt, die sich auf einem der Fragmente an den gefallenen Feinden gütlich tun. Das größte Bruchstück der Stähle zeigt sechs Reihen Infanterie mit langen Speeren und viereckigen Schilden, die von ihrem König Eanatum in die Schlacht geführt werden. Hier wird die Infanterie in noch engeren Reihen mit überlappenden Schilden dargestellt, sodass sie tatsächlich ziemlich stark an eine Phalanx erinnert, wie sie die griechischen Hopliten 1800 Jahre später bildeten. Damit gibt es für die meisten Historiker keinen Grund mehr daran zu zweifeln, dass eine phalanxähnliche Formation die Kriegsführung in Mesopotamien prägte. Allerdings darf man nicht vergessen, dass es sich bei beiden Artefakten um stark vereinfachte Darstellungen handelt, die sehr viel Interpretationsspielraum lassen. Beide Objekte haben vermutlich gar nicht den Anspruch, Ereignisse, Aufstellungen oder Waffen genau wiederzugeben, sondern sollen vor allem die Leistung des siegreichen Königs betonen. Trotz dieser Unsicherheiten gehen die meisten Historiker davon aus, dass diese frühen Armeen den Feind mit einem Angriff der leichten Infanterie mit Wurfschweren oder Streitwagen schwächten und dann die schwere Infanterie vorrückte, um mit ihrer Masse den Kampf zu entscheiden. Dass ein Heer vor allem auf den direkten Kampf Mann gegen Mann setzte, ist heute manchmal schwer vorstellbar, weil moderne Armeen fast ausschließlich auf Schusswaffen, Artillerie und moderne Technologie wie Drohnen und Lenkwaffen setzen. Für einen großen Teil der Geschichte, von der Vorgeschichte bis in die frühe Neuzeit, war das jedoch anders. Distanzwaffen wie Wurfschwere und Bogen konnten den Feind zwar schwächen, aber entschieden wurde eine Schlacht im Nahkampf. Entsprechend waren auch Nahkampfwaffen wie Streitkolben und Speere besonders wichtig. Und gerade diese Waffen machten am Ende der Jungsteinzeit einen entscheidenden Fortschritt. Die Menschen hatten nämlich begonnen, mit neuen Werkstoffen zu experimentieren. Zuerst entdeckten sie das Kupfer als Material für ihre Werkzeuge und Waffen, was der Übergangszeit von der Stein- zur Bronzezeit auch ihren Namen gab, nämlich Kupfersteinzeit oder Chalkolitikum. Kupfer machte neue Fertigungstechniken möglich, zum Beispiel das Gießen von Gefäßen, war aber auch sehr weich und verformte sich rasch, etwa wenn es als Werkzeug benutzt wurde. Diese Nachteile wurden reduziert, als die Menschen entdeckten, dass man Kupfer mit Zinn oder Arsen legieren kann und so ein viel stärkeres Metall erhält, nämlich Bronze. Mit Bronze konnten bessere Waffen wie Streitexte und metallene Spitzen für Speere hergestellt werden. Weil diese neuen Angriffswaffen viel effektiver waren, entwickelte man dann bald auch bessere Schutzwaffen wie Metallhelme, Schilde mit Schildbuckeln und erste Schuppenpanzer. Welche Waffen die Soldaten Lagaches verwendeten, ist im unteren Teil des großen Bruchstücks der Geierstähle zu sehen. Dort führt der König, dieses Mal in einem Streitwagen, seine Soldaten auf dem Marsch an, was an ihrer entspannten Haltung zu erkennen ist. Sie tragen ihre Äxte und Speere auf den Schultern. Der König selbst trägt ebenfalls ein Speer- und ein Sichelschwert, wobei es sich aber wohl eher um eine rituelle Waffe handelt, denn zu dieser Zeit konnten zwar Schwerter aus Kupfer und Bronze hergestellt werden, aber sie waren aufgrund ihrer langen und dünnen Form in Verbindung mit den Materialeigenschaften von Bronze nicht besonders gut geeignet, um zu kämpfen. Später wurden bessere Bronzeschwerter entwickelt, aber wirklich stabile Waffen mit einer strapazierfähigen Schneide konnte man erst aus Eisen herstellen. Deshalb hatten Äxte, Dolche, Speere und Wurfspeere in der Kriegspraxis eine weit größere Bedeutung als Schwerter. Obwohl die Informationen sehr spärlich sind und wir nur wenig über Organisation und Funktionsweise dieser Armeen wissen, ist klar, dass sie ohne ausgeklügelte Logistik und Organisation nicht hätten funktionieren können. Von Eanatum, dem König auf der Gaia-Steele, wissen wir zum Beispiel, dass er ausgedehnte Kriegszüge oder zumindest Überfälle ins Nachbarreich Elam unternahm. Eine militärische Operation, so weit von der Heimat entfernt, bedingt nicht nur eine gute Logistik, sondern auch eine klare hierarchische Struktur und eine solide Organisation. Es waren Armeen wie die von Eanatum, ausgerüstet mit Waffen aus Bronze, gut organisiert und sehr diszipliniert, auf deren Schultern bald die ersten Großreiche entstehen sollten. Die Herrscher der Stadtstaaten zwischen Euphrat und Tigris rang konstant um die Vorherrschaft. Im Süden von Sumer, nahe des Persischen Golfes, eignete sich ein Mann, der heute als Lugal-Zagesi bekannt ist, um etwa 2375 vor Christus widerrechtlich den Thron von Umma an. Er hatte große Ambitionen und zog bald mit einem Heer gegen Lagash, den alten Feind, mit dem sich seine Stadt seit mehreren Generationen um fruchtbares Gebiet gestritten hatte. Nachdem er die Stadt dem Erdboden gleichgemacht hatte, tat er etwas, was vorher, soweit wir wissen, noch nie vorgekommen war. Er setzte seinen Kriegszug fort, um weitere Stadtstaaten zu unterwerfen. Lugal-Zagesi nahm Uruk ein, machte es zu seiner neuen Hauptstadt und eroberte dann einen Stadtstaat nach dem anderen, bis er schließlich unter dem Titel König des Landes über ganz Sumer herrschte. Was das genau bedeutete, wie viel Kontrolle er wirklich über die Stadtstaaten in seinem Einflussgebiet hatte und wie er es überhaupt schaffte, seinen Einfluss so stark zu erweitern, ist aber unklar. Fest steht, dass ein solches Unterfangen eine weit komplexere Administration, Organisation und Logistik voraussetzte als ein einfacher Feldzug. Lugal-Zagesi wurde zum ersten König über mehrere Stadtstaaten, weil er die Kriegsführung bezüglich Umfang und Raffinesse auf ein völlig neues Level brachte. Trotzdem sollte die Herrschaft des Königs des Landes nicht lange wehren. Etwas weiter im Nordosten, in Akkad, einer Region, die Sumer sehr ähnlich war und ebenfalls aus Stadtstaaten bestand, lebte ein Mann, der mindestens so ehrgeizig war wie Lugal-Zagesi. Der Mann, der vermutlich aus einfachen Verhältnissen stammte und am Hof des Königs Ur-Zababa von Kish Karriere machte, sollte bald als Sagon von Akkad bekannt werden. Auch er nutzte seine Position am Hof aus, um seinen König zu stürzen und die Macht an sich zu reissen. Sagon bezeichnete sich selbst als Sharo-Ken, was meist als der legitime König übersetzt wird. Sagon zog bald, nachdem er den Thron bestiegen hatte, mit einem gewaltigen Heer gegen Lugal-Zagesi. Er führte zahlreiche Schlachten gegen den sumerischen König und seine Fürsten, bis er ihn schliesslich in seiner Hauptstadt Uruk besiegte und sie einnahm. Dann gründete er eine neue Hauptstadt, Akkad, deren genauen Standort wir bis heute nicht kennen und setzte dann seine Eroberungskriege fort und schuf ein Reich, das noch grösser war als das von Lugal-Zagesi und sich vom Mittelmeer bis zum Persischen Golf erstreckte. Dementsprechend nannte sich Sagon nicht nur König des Landes, sondern Schar-Kishatim, König der Welt. Sein Reich gilt als das erste Großreich der Geschichte. Wie Sagon dieses Reich genau errichtete und warum seine Armee, der von Lugal-Zagesi so deutlich überlegen war, ist unklar. Einen Hinweis gibt eine weitere Inschrift, auf der steht, 5400 Mann essen täglich im Beisein von Sagon, dem König der Welt, dem der Gott Enlil keinen Rivalen gab. Diese Stelle wird sehr unterschiedlich übersetzt und interpretiert, aber laut dem Oxford-Handbuch des Staates im antiken Nahen Osten und dem Mittelmeerraum deuten sie viele Historiker als Hinweis darauf, dass Sagon das erste stehende Heer der Geschichte unterhielt. Das sollte sicher mit Vorsicht genossen werden, aber wenn es tatsächlich der Fall war, wäre das eine absolut revolutionäre Neuerung gewesen. Die Kriegsführung war in dieser Zeit nämlich saisonal und Feldzüge konnten nur eine bestimmte Zeit dauern, weil die Männer zur Erntezeit auf den Feldern benötigt wurden, damit das eigene Volk versorgt werden konnte. Ein stehendes Heer war deshalb nur möglich, wenn eine Gesellschaft mehr Männer versorgen konnte, als auf den Feldern arbeiten mussten. Wenn Sagon es geschafft hat, über 5000 Mann aus Überschüssen zu versorgen und als stehendes Heer zu unterhalten, hätte ihm das einen immensen Vorteil gegenüber seinen Feinden verschafft. Ein zweiter Punkt, der zur Überlegenheit der arkadischen Armee beitrug, war, dass sie massenhaft Bogenschützen einsetzte. Die früheste bekannte Darstellung dieser Waffe in einem kriegerischen Kontext aus dem Nahen Osten findet sich auf der sogenannten Naramsin-Stele, die zwischen 2260 und 2223 v. Chr. angefertigt wurde und ein Sieg von Sargons Enkel, Naramsin, über einen feindlichen Stamm darstellt. Diese Bogenschützen setzten auf eine recht neue Technologie, nämlich auf Bogen, die aus Holz, Horn und Zähnen zusammengefügt wurden, sogenannte Kompositbogen. Sie waren viel stärker als die einfachen Bogen aus einem Stück Holz, die man vorher verwendet hatte und konnten bis zu 300 Meter weit schießen, was fast mit einem englischen Langbogen aus dem 15. Jahrhundert vergleichbar ist. Diese Kompositbogen waren zurzeit Naramsins ein Kernelement der arkadischen Infanterie. Weil es meist einige Zeit dauert, bis eine Waffe solche Wichtigkeit erlangt, sind sich Historiker einig, dass der Bogen schon viel früher an Bedeutung gewann, wahrscheinlich schon unter Sargon zentral war und entscheidend zu seiner Überlegenheit beitrug. Abgesehen von den Bogenschützen setzte die arkadische Armee vor allem auf leichte Infanterie, Axtkämpfer und Speerträger. Die schwerfälligen Streitwagen verschwanden dagegen vorerst von den Schlachtfeldern. Lange Zeit haben die Römer mit ihren disziplinierten Legionen und die alten Griechen mit ihren Verlangen die Aufmerksamkeit der Historiker auf sich gezogen und den Blick weiter in die Vergangenheit versperrt. Erst vor etwa 60 Jahren ist die prähistorische und bronzezeitliche Kriegsführung im Nahen Osten stärker in den Fokus der Forschung gerückt. Ein wesentlicher Grund für diese Vernachlässigung war, dass man im Fall einer der wichtigsten Mächte der Bronzezeit dachte, sie wäre fast gar nicht militarisiert gewesen. Die Rede ist vom alten Reich der Ägypter. Das beruhte auf der Fehlannahme, dass ein Reich, das keine expansive Strategie verfolgte, weniger militärische Strukturen brauchte oder sogar ohne ein richtiges Heer auskommen konnte. Das ist aber grundsätzlich falsch, denn auch wenn die Pharaonen des alten Reiches fast ausschließlich auf die Defensive setzten, hatte ihr Reich große militärische Kapazität. Aufzeichnungen und Funde belegen, dass die Zivilisation am Nil aus dem Krieg geboren und durch militärische Macht aufrecht erhalten worden ist. 1798 marschierte Napoleon Bonaparte in Ägypten ein. Bei seinen Truppen befand sich der Kunstsammler und Archäologe Dominique Vivant-Denon. Er untersuchte mit großer Begeisterung die Stadt Hierakonpolis, die am Ende der prädynastischen Zeit, also um 3100 vor Christus, das religiöse und politische Zentrum Oberägyptens war. Ziemlich genau 100 Jahre später fanden Archäologen dort eines der berühmtesten Artefakte der Geschichte, die sogenannte Nama-Palette. Obwohl umstritten ist, was sie wirklich abbildet, glauben die meisten Ägyptologen, dass darauf die gewaltvolle Vereinigung Ober- und Unterägyptens durch König Nama zu sehen ist, die durch diese beiden sogenannten Schlangenhalspanther symbolisiert wird. Beide Seiten der polierten Schieferplatte zeigen kriegerische Szenen. Auf der einen richtet Nama gerade einen besiegten Feind mit einem Streitkolben hin, auf der anderen begutachtet er die enthaupteten Körper der besiegten Feinde zu Füßen seiner Truppen. Zusammen mit anderen ähnlichen Darstellungen, etwa einer, die noch etwas älter ist und die Belagerung von sieben befestigten Städten mit einfachen Belagerungsmaschinen zeigt, wird die Nama-Palette als Beleg dafür ausgelegt, dass organisierte Kriegsführung schon sehr früh im Alten Reich eine wichtige Rolle spielte. Die Militarisierung des Alten Reiches ist aber nicht offensichtlich, weil es eine defensive Grand Strategy verfolgte. Als Grand Strategy bezeichnet man den grossen Gesamtplan für die Verteidigung der Sicherheit und Integrität eines Staates, was auch expansive Bemühungen umfassen kann. Dabei können diplomatische, wirtschaftliche und militärische Mittel eingesetzt werden. Die Idee einer offensiven Grand Strategy geht auf eine Reihe von Denkern um den berühmten Militärwissenschaftler Karl von Clausewitz zurück. In ihrem Rahmen geht man davon aus, dass es unbedingt nötig ist, eine schlagkräftige Armee mit offensiven Möglichkeiten zu unterhalten, um die Sicherheit eines Staates zu gewährleisten. Solche offensiven Grand Strategies haben lange die Politik der Welt dominiert. Seit dem Zweiten Weltkrieg überwiegen jedoch defensive Strategien, bei denen es darum geht, sich im Notfall verteidigen zu können, aber ansonsten den direkten Konflikt zu vermeiden. Auch die Grand Strategy des Alten Reiches nach der Vereinigung durch Nama war fast ausschließlich defensiv und drehte sich darum, das Kerngebiet am Nil zu verteidigen, indem die natürlichen Grenzen Ägyptens ausgenutzt und verstärkt wurden. Das verleitete viele Historiker zu der Annahme, dass Ägypten zu dieser Zeit nur über eine rudimentäre Armee verfügte oder vielleicht sogar nur über eine Art Polizeitruppe. Aber am Rand des fruchtbaren Streifens entlang des Nils, etwa 600 Kilometer nördlich von Hierakonpolis, liegen die Königsgräber von Deschaché, die ein Wandrelief enthalten, das zeigt, dass das nicht der Fall war. Auf diesem Relief im Grab von Anta ist nämlich zu sehen, wie eine ägyptische Armee eine Festung belagert. Soldaten mit Brechstangen und Leitern versuchen einen Wald zu überwinden, während sich andere mit Äxten und Bogen ein hitziges Gefecht liefern. Es ist klar, dass ein solches Vorgehen die Möglichkeiten einer simplen Polizeitruppe überschreitet. Außerdem gibt es in der Biografie des Hohen Beamten Veni Hinweise darauf, dass es neben regulären Truppen bereits eine Art Wehrpflicht gab und dass nubische Söldner eingesetzt wurden. Abgesehen davon ist aber so gut wie nichts über die Heeresstruktur des Alten Reiches bekannt. Um etwa 2160 v. Chr. führten ökonomische und klimatische Veränderungen dazu, dass lokale Adlige, die sogenannten Barone oder Gaufürsten, immer mächtiger wurden. Nach und nach entglitt dadurch den Pharaonen die Kontrolle. Es kam zu inneren Auseinandersetzungen und eine Periode der Unruhe begann, die sogenannte Erste Zwischenzeit. Sie dauerte bis um 2055 v. Chr., als Menturhotep II. das Reich unter seiner Herrschaft wieder vereinte. Ausgehend von ihrem neuen Machtzentrum in Theben reorganisierten die Pharaonen ihre Armee in den nächsten Jahren. Sie schafften es nicht, die Privatarmeen der lokalen Machthaber völlig zu beseitigen, aber sie brachten wieder einen großen Teil der militärischen Macht unter ihre Kontrolle, indem sie ein stehendes Heer auf Reichsebene schufen, das stark genug war, um Privatkriege zu unterdrücken und die Grenzen des Reiches zu schützen. Dieses neue Heer gab den Pharaonen die Möglichkeit, eine andere, innovative Grand Strategy zu verfolgen. Das war nötig, weil es während der ersten Zwischenzeit wiederholt zu Einfällen von plündernden Nomaden aus Palästina gekommen war. Ägypten ließ also von seiner rein defensiven Strategie ab. Bald marschierten ägyptische Heere nach Norden, um die Niederlassung der Nomaden auszumachen und zu zerstören. Bei diesen strategischen Suchen- und Vernichten-Missionen stiessen sie möglicherweise bis zur Mündung des Orontes vor. Das war nicht Teil von imperialistischen Ambitionen, sondern einer vorwärtsgewandten Verteidigung, bei der die Pharaonen ein großes Gebiet außerhalb ihres Kernreiches überwachten und am Isthmus von Suez eine Festungslinie als letzte Abwehrfront aufbauten. Das System von Forz, das sie dort einrichteten, ist als die Welle des Prinzen bekannt. Leider ist diese Verteidigungslinie nur schriftlich überliefert und laut dem Ägyptologen James Hofmeyer gibt es keine archäologischen Spuren, weshalb es schwierig ist auszumachen, wo diese Verteidigungsanlagen genau waren. Im Süden des Reiches waren es die Nubier, die eine ständige Bedrohung darstellten. Dort reagierte Ägypten mit einer klassischen Defense-in-Depth-Strategie, in deren Rahmen es sein Einflussgebiet bis zum zweiten Katarakt erweiterte. Die sogenannten Katarakte sind flache Stromschnellen im Nil, die mit Schiffen nicht passierbar sind und deshalb natürliche Unterbrüche im Flusslauf bilden. Die Ägypter besiedelten das eroberte Land aber nicht, sondern machten es zu einer militarisierten Zone. In diesem Bereich, der bis zu einer zweiten Verteidigungslinie auf der Höhe des ersten Katarakts reichte, kontrollierte die ägyptische Armee Flüsse und entscheidende Wegpunkte, indem sie mindestens 21 Festungen und zahlreiche Forts errichtete. Ein Feind, der Ägypten angreifen wollte, musste sich durch diese Zone kämpfen, während die Verteidiger sich von Festung zu Festung zurückziehen und ihn so langsam zermürben konnten. Die Armee Ägyptens passte sich dieser neuen Aufgabe rasch an. Sie stand unter dem Oberbefehl des Generals von Ober- und Unterägypten. Neben den Generälen lassen sich in dieser Zeit auch zahlreiche spezialisierte militärische Funktionen fassen, zum Beispiel einen Kommandanten der Schocktruppen und einen Meister der Geheimnisse der königlichen Armee, also vermutlich der Leiter einer Art militärischen Geheimdienstes. Die Truppen setzten sich aus schwerer Infanterie, die mit Speeren bewaffnet war und große breite Schilde trug und leichter Infanterie mit Äxten, Dolchen und Wurfspeeren zusammen. Sie waren in zwei Korps unterteilt, die jungen Männer, zu denen Rekruten und Krieger gehörten, und die Schocktruppen. Bei den Rekruten handelte es sich um Wehrdienstpflichtige, während die Krieger und Schocktruppen professionelle Soldaten waren. Zusätzlich gab es nun auch eine persönliche Garde für den Pharao, die im Frieden den Palast bewachte und im Krieg als Elite-Truppe an seiner Seite kämpfte. Aufgrund der Anforderungen der Defense in Depth, bei der sich viel um die Verteidigung und das Angreifen von Festungen drehte, schufen die Pharaonen nun auch ihre eigenen Bogenschützeneinheiten. Bisher hatte man darauf verzichtet und stattdessen nubische Bogenschützen rekrutiert und eingesetzt. Etwa gleichzeitig erschien auch ein Vorläufer des Ramboks in den Armeen Ägyptens. Dieses Gerät ist auf einer Wandmalerei in Beni Hassan zu sehen, in der die Belagerung eines Wüstenforts dargestellt wird. Diese rudimentäre Belagerungswaffe bestand aus einer Stange, die von drei Soldaten aus einer Art Schutzvorrichtung oder Dach heraus bedient wurde und dazu diente, einzelne Steine aus einer Mauer zu stemmen. Obwohl auch zur taktischen Organisation des Mittleren Reiches nur wenig bekannt ist, machen diese neuen Unterteilungen und Aufgaben klar, dass die Truppen weiter spezialisiert, professionalisiert und an die Bedingungen der Defense in Depth angepasst wurden. Diese neue Grand Strategy bescherte Ägypten eine zweite stabile Periode, die erst endete, als im 17. Jahrhundert vor Christus erneut innere Streitigkeiten das Reich schwächten. Nun fielen nubische Stämme in Oberägypten ein und semitische Völker aus dem Osten drängten ins Nil-Delta. Diese Eindringlinge aus dem Osten übernahmen schließlich die Kontrolle über Ägypten. Die Anführer dieser Völker nannten die Ägypter Hyksos, Herrscher der Fremdländer. Um 1600 vor Christus erhoben sich die Ägypter gegen die fremden Herrscher. Die Armeen, die in diesen Befreiungskriegen kämpften, verwendeten eine Reihe von Neuerungen aus Westasien, die wohl zumindest zum Teil von den Hyksos eingeführt wurden oder zumindest beeinflusst waren. Dazu gehörten unter anderem Schuppenpanzer, Kompositbogen und vor allem von Pferden gezogene Streitwagen. Diese neuen, wendigen Gefährte aus Asien hatten nichts mehr mit den schwerfälligen Karren der Sumerer zu tun. Sie hatten Speichenräder, nur noch eine Achse und wurden von richtigen, wenn auch kleinen Pferden gezogen. Diese Streitwagen, die meistens mit einem Bogenschützen und einem Fahrer besetzt waren, entwickelten sich rasch zur wichtigsten Offensivwaffe der ägyptischen Heere und zum Symbol für deren Schlagkraft. Trotzdem kämpften sie nicht isoliert, sondern arbeiteten effektiv und gut koordiniert mit der Infanterie und den Bogenschützen zusammen. Unter anderem dank dieser Neuerungen gelang es Pharao Amose dem Ersten Mitte des 16. Jahrhunderts vor Christus die Hyksos aus dem Nil-Delta zu vertreiben. Unter ihm und seinen Nachfolgern Thutmose III. und Ramses II. änderte Ägypten seine lange verfolgte defensive Grand Strategy komplett. Die Ägypter gingen nun in die Offensive und unternahmen regelmäßig Expeditionen nach Syrien und Äthiopien, um die dort lebenden Völker zu unterwerfen. Thutmose III. führte zum Beispiel während seiner Regierungszeit nicht weniger als 15 Kriegszüge nach Syrien und Palästina. Passend dazu änderte sich auch das Bild der Pharaonen. Sie massen sich nun an ihren Leistungen auf dem Schlachtfeld und inszenierten sich als Kriegsgötter, die auf ihren Streitwagen eine professionelle Armee in die Schlacht führten. Diese neue imperialistische Politik war vor allem eine Reaktion auf veränderte militärische Umstände. Die Pharaonen des neuen Reiches hatten es nämlich mit wesentlich widerstandsfähigeren Feinden zu tun, wie zum Beispiel dem Großkönigtum der Mitani oder dem Reich der Hethiter, sodass eine Defense in Depth und Suchen und Vernichten Missionen keine Optionen mehr waren. Die neuen Nachbarn hatten selbst große, mobile und schlagkräftige Armeen. Um ihren Einfluss in der Levante zu sichern, brauchten die Pharaonen darum ebenfalls eine größere Armee, mit der sie weit über ihre Grenzen hinaus umfangreiche Kampagnen führen konnten. Gleichzeitig wurde auch die Diplomatie zu einem wichtigen Mittel, denn ohne Verbündete und Klientelreiche war es in dieser politischen Lage aussichtslos die Integrität Ägyptens zu wahren. Diese neue Grand Strategy, die vor allem auf mobilen Armeen und diplomatischen Verbindungen basierte, unterschied sich auch in der Verteidigung klar von denen des alten und mittleren Reiches. Befestigungsanlagen und defensive Militärzonen waren nun nicht mehr wichtig. Stattdessen sicherte man die Grenzgebiete mit grossen, mobilen Verteidigungsarmeen. Diese neuen, schlagkräftigen Heere zählten zu den effizientesten der Geschichte. Sie waren hochprofessionell, hatten eine klare Kommandostruktur und bauten auf einem leistungsfähigen organisatorischen und logistischen Apparat auf. Der Pharao amtierte passend zur neuen Selbstwahrnehmung meist als Oberbefehlshaber. Sein Tiati oder Wesier, der oberste Beamte des Reiches, als Kriegsminister und die Generäle bildeten einen beratenden Kriegsrat. Die Truppen selbst bestanden aus Divisionen zu je 5000 Mann, die aus Streitwagen und Infanterie bestanden. Diese Divisionen waren taktisch unabhängig und setzten sich aus Kompanien zu 250 Mann zusammen, die wiederum aus 5 Einheiten mit 50 Mann bestanden. Dieses Heer, eine ausgeklügelte Kommandostruktur, ein zuverlässiges logistisches System und eine effiziente Rüstungsindustrie erlaubten es, den ägyptischen Heerführern Operationen durchzuführen, wie sie erst sehr viel später wieder möglich sein sollten. Wenige Generationen nach Ramses II. geriet Ägypten in eine neue Krise. Wieder destabilisierten innere Unruhen, Naturkatastrophen, Dürren und Angriffe von außen das Reich. Zuerst mussten sich die Pharaonen den berühmten Seevölkern, dann den Libyern und später den Kuschiten stellen. Diese mächtigen Feinde schwächten das Reich am Nil immer weiter, bis die Perser unter Kambysis II. sie schließlich im Jahr 525 v. Chr. eroberten. Das aufstrebende Perserreich sollte zusammen mit den Assyrern die nächste große Macht im östlichen Mittelmeerraum werden. Ihren Aufstieg verdanken diese beiden Mächte nicht zuletzt zwei der wichtigsten Fortschritte der Menschheitsgeschichte, nämlich der Möglichkeit Eisen zu verarbeiten und dem Gebrauch des Pferdes für den Krieg. Bald sollten sie Heere ins Feld schicken, die noch besser organisiert, zahlreicher und besser ausgerüstet waren. Sie sollten den Krieg in der Eisenzeit zu einer neuen Dimension bringen. Zum Schluss nochmals vielen Dank an Creative Assembly. Total War Pharaoh ist jetzt auf Steam erhältlich. Schaut euch das Spiel an und unterstützt gleichzeitig unseren Kanal, indem ihr auf den Link im angepinnten Kommentar oder in der Beschreibung klickt.